Hallo, mein Name ist Teresa Grossmann, ich studiere Physiotherapie und ich erzähle euch kurz, worüber wir heute reden werden. Zuerst werden wir uns kurz anschauen, was alles in einem Physiotherapie-Studium passiert. Dann werden wir uns noch kurz den Praxisbezug anschauen und zum Schluss noch kurz über mein persönliches Highlight im Studium reden. Im Physiotherapie-Studium erwartet einen viel Praxisunterricht, da die Hauptaufgabe von meinem Beruf ist, wenn Patienten mit einer Überweisung vom Arzt in die Therapieeinheit kommen, dass man dann eine physiotherapeutische Diagnose erstellen kann und dafür muss man Tests, Untersuchungen und auch zum Beispiel ein Patientengespräch durchführen. Und hat man dann diese physiotherapeutische Diagnose, kann man einen Behandlungsplan erstellen. Also im Studium geht es darum, dass man die ganzen Tests lernt und auch lernt, wie man mit dem Patienten umgeht, wie man zum Beispiel auch im Patientengespräch Warnhinweise entdecken kann, die werden auch Red Flags genannt, und wie man dann die auch in die Behandlung einbeziehen kann. Besonders an der FH ist auch, dass man Wahlfächer auswählen kann, also zum Beispiel Gesundheitsvorsorge, oder auch der Behindertensport. In meinem Studium bemerkt man besonders den Praxisbezug in den Fächern, da wir sehr viele praxisbezogene Lehrgegenstände haben. Im Campus West haben wir eigene Physiotherapie-Trainingsräume und da haben wir dann auch praxisbezogene Fächer, wie zum Beispiel Elektrotherapie, Atemtherapie, Massage oder auch spezielle Behandlungstechniken. Am IMC ist auch speziell, dass wir erst ab dem vierten Semester mit den Praktikern starten, da wir dadurch dann schon viel mehr gelernt haben und uns schon besser auskennen und dann auch aktiv mehr in den Praktika machen dürfen. Innerhalb von 37 Wochen, die im Laufe der Studiumszeit absolviert werden im Praktikum, ist man in den verschiedensten Fachbereichen, wie zum Beispiel Chirurgie, Orthopädie, Innere Medizin, Intensivmedizin oder auch Sportmedizin. Bei der Praktikumsuche wird man auch vom IMC unterstützt. Das heißt, ich kann zum Beispiel angeben, ich möchte im Bereich Niederösterreich ein Praktikum machen und dann werden mir verschiedenste Stellen vorgeschlagen. Viele fragen sich wahrscheinlich auch, wie das Aufnahmeverfahren aussieht. Mir hat für das Aufnahmeverfahren geholfen, zum Beispiel mit vielen Physiotherapeuten zu reden, zu fragen, wie die sich vorbereitet haben, generell auch im Internet oder in Übungsbüchern kognitive Aufgaben zu lösen, da das der erste Schritt ist des Aufnahmeverfahrens und sonst generell mich viel mit der Materie zu beschäftigen, zu überlegen, was man da alles in dem Bereich machen kann. Wenn man mit dem Studium fertig ist, kann man entweder in einer Reha-Klinik, in Spitälern oder auch als selbstständiger Physiotherapeut arbeiten und kann sich dann aber auch auf spezielle Gebiete fokussieren, wie zum Beispiel Sportler oder Kinder oder mit älteren Personen. Ich persönlich würde noch die Praktika abwarten, um dann zu schauen, welcher Bereich mich am meisten interessiert, aber derzeit könnte ich mir den Bereich mit Sportlern zu arbeiten gut vorstellen. Mein persönliches Highlight aus dem ersten Studienjahr war eigentlich der Praxisbezug, da wir da immer gleich die erlernten Techniken und Theorien anwenden konnten und man sich dadurch auch die Sachen viel besser merken kann und auch generell die Stimmung unter den ganzen Studenten und dass auch alle dieselben Interessen haben oder zumindest ähnliche, weil alle gern zum Beispiel Sport machen und dann auch neben den Lehranheiten viele gemeinsame Unternehmungen gemacht werden. Falls du dich noch mehr für mein Studium interessierst, kannst du gerne die Website vom IMC besuchen.